Die Börsenminute Investments für die 20er Jahre Mit freundlicher Unterstützung der Dadat Bank Viele jüngere Anleger dürften von ihren ersten Ausflügen auf das Börsenpaket entmutigt sein. Denn gerade die Neo-Aktionäre hielten alternative Energien nicht nur für eine saubere Sache, sondern auch für eine sichere Veranlagung. Frei nach dem Motto der Dekarbonisierung gehört die Zukunft. Man glaubte, alles richtig gemacht zu haben, indem man mit Fondsinvestments das Verlustrisiko auch noch auf viele Aktien streute. Grundsätzlich ist das schon der richtige Ansatz, nur wiegt man sich bei Clean Energy Fonds gleich doppelt in falscher Sicherheit. Erstens ist nicht jeder Clean Energy Fonds ein ESG-Fonds, der ökologische und soziale Kriterien verfolgt. Es sind oftmals Themenfonds, die schlichtweg in eine Wachstumsbranche investieren, von der sie sich hohe Ronditen versprechen. So findet man etwa in iShares Global Clean Energy, dem mit 4 Milliarden Euro Anlagevermögen größten Clean Energy ETF, als eine der größten Positionen den spanischen Versorger Ibertrolla. Der erzeugt zwar auch Strom aus Wind- und Wasserkraft, Ibertrolla ist aber ebenso an Atomkraftwerken beteiligt und erzeugt Strom auch aus Erdgas. Beides übrigens laut EU-Taxonomie nachhaltige Energiequellen. Clean Energy Fonds sind also oftmals gar nicht so grün, wie sie vorgeben und als Themenfonds erst recht keine sichere Anlage. Schon deshalb nicht, weil man ja in Zukunftstechnologie und oftmals in Start-ups investiert, die sich erst am Markt überhaupt etablieren müssen. Die Risikostreuung auf mehrere Aktien ist bei Themenfonds auch deshalb relativ, da man ja in Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen investiert. Doch warum sind gerade die Clean Energy Fonds im letzten Jahr so stark gefallen? Ganz einfach, weil sie wegen des Hypes zuvor überproportional gestiegen sind. Heißt das, dass man jetzt nach sauberen Kursstürzen von 30% und mehr wieder einsteigen oder auch nachkaufen kann? Dafür muss man sich die Frage stellen, warum man eigentlich in Clean Energy zu viel höheren Kursen investiert hat oder zumindest bereit gewesen wäre, auch mehr dafür zu bezahlen. Wenn man von der Branche immer noch überzeugt ist, spricht auch nichts dagegen, zu deutlich tieferen Kursen jetzt zuzuschlagen. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.